Also Premiere hier, ich fahre hier heute das allererste Mal den Nexart. Der Nexart steht hinter mir, ist riesengroß, ich bin mega begeistert. Er ist ein komplett anderes Produktionssystem als der Traktor, vielleicht sogar die Zukunft des Ackerbaus. Ja, lass uns eine Runde fahren, ich zeig dir und erkläre dir ein bisschen was. Der Nexart ist ein ganz neues Pflanzenproduktionssystem, ist ein modulares System, alle Geräte werden getragen, nicht mehr gezogen. Mit dem Nexart fahren wir immer in den selben Spuren, das heißt den Boden zwischen den Spuren verdichten wir gar nicht mehr. Das sorgt dafür, dass wir eine absolut gesunde Bodenstruktur haben, eine gute Wasserinfiltration, gesunde Pflanzen, gesunde Lebensmittel und damit auch einen höheren Ertrag und letztendlich eine produktive Art des Pflanzenbaus.